Das hier ist Doktor Knaf, ihr guckt Portsmovement TV. Dann laufen wir. Hallo, ich bin Emre von Portsmovement TV. Hallo, mein Name ist Knaf und wir sind hier bei Dr. Knaf. Tatwaffe Portsmovement, was geht ab? Ja, weil du selber als Rapper bist halt vor deinem Auftritt runtergegangen von der Bühne und hast erstmal geguckt, wer malt denn hier? Was machen die Breaker? Gibt's neue Moves? Wer hat den geilsten Heatspin? Ja, damals hatte das einfach so eine ungeheure Kraft, außerhalb davon einfach nur provozieren zu wollen. Das war auch einfach was ganz Neues. Das hat viel Energie gehabt. Diese gesprochenen Worte einfach auf diese rhythmischen Beats. Das hat mich damals auf jeden Fall gepackt. Uli, was machen wir hier? Wir sind heute beim Jugendgipfel 2011. Unser Thema ist Wir gegen Gewalt. Ja, und wir sind hier mitten im Workshop und ihr macht da die Medien- und Dokumentationsreihe. Das hier ist Dr. Knaf, ihr guckt Portsmovement TV. Mich hat's gefreut, die Kids ein bisschen unterstützen zu können. Und ich hoffe, ihr macht alle noch weiter fleißig Tracks. Mit Philly in Kontakt und mit dem Jugendhaus in Glas wird er in Kontakt. Und ihr checkt mein neues Album, Knevolution 2011.